Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei LUCIUS! So, neue Aufnahme, schon ein paar Tage vergangen. Ich werde das Ganze erst einmal fertig aufnehmen, weil so lange dauert das Spiel, glaube ich, gar nicht. Und erst dann komplett schneiden und hochladen. So, irgendwie, glaube ich, ist unser Tag neu angebrochen. Äh, Jean sollte eigentlich schon tot sein, soweit ich weiß. Schauen wir mal. Hi! Mami! Da bist du ja! Hast du gut geschlagen? Ja, danke und du! Pupup! So, dann schauen wir mal runter, was wir machen müssen. Oh! Hilfe! Mami! Oh ja, da solltest du auf jeden Fall... Ach, das ist nicht Mami, das ist Nancy! Wie? So... Na, dann gucken wir mal. Sollte ich heute ein bisschen angeschlagen rüberkommen, tut's mir leid. Und ich habe enorme Rückenschmerzen gehabt. Beziehungsweise habe ich noch. Also Schulternschmerzen. Ähm... Oh, sie sind dort... Gott! Es ist Melusius! Ähm... Ja... So, na dann schauen wir mal... Irgendwie... Vater Handwerker... Schauen wir mal... Ivor, Hausmeister Ivor, er ist immer betrunken. Er wird es gar nicht merken, wenn ich seine Pläne ein wenig ändere. Aha! Ah! Aufgabenliste des Hausmeisters... Wie macht immer noch mal das... Ah, ich muss mal am Headset leiser drehen, das ist extrem laut. So, ähm... Ist das mal von uns gegangen, so... Jo, dann... Jo, können wir reparieren. So, das solltest du auf jeden Fall tun. Bis Ankle! Das ist Klavier reparieren! Was zum... Oh! Ähm... Ich schätze mal, dass wir jetzt irgendwas am Klavier machen müssen. Machen schnell, bevor er kamt. Du kannst in der Werkstatt nichts ausrichten. Wir haben eineinhalb Zoll Schrauben. Ähm... Wir haben doch... Haben wir nicht? Wir haben doch... Wir haben doch... Oh... Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du... Oh... Quatsch... Ehh... Wir müssen natürlich warten, bis er mal weg geht. Blödsinn! Ich mach dir die Tür auf sogar. Geh wieder aufs Klo! Also... Körsen! Dann ist wir jetzt... Obt ihr? Haben wir! Es kann so nicht benutzt werden... Aha! Es kann so nicht benutzt werden... Ähm... Boah! Lalalalalala! So... Ähm... Hm... Ich gehe das bisschen noch mal nach... Oh, der schöne Champagner! Das tut mir jetzt aber leid! Ähm... Da steht nur was davon, von anderen Plänen! Aber dass ich da mein... Da bist du ja! Hast du gut geschlafen? Ja, klar! Ach, wahrscheinlich hat der dann noch irgendwo... Ähm... Werkzeug? Ah... Ich habe hier in den Schraubenschlüssel gestohlen! Vielleicht sollte ich damit etwas zerschlagen! Am mindestens! Ja, erst einmal zu machen! Damit man es wieder auf... Ja, klar! So, der lädt dann! Jawoll! So! Im Ordnung! Ich sollte ihn irgendwie herlocken! Ja, klar! Der kommt jetzt sowieso, glaube ich, gleich wieder! Weil der jetzt, glaube ich, in einem... Loop-Modus quasi... ...befallen ist! Der geht jetzt immer auf eine Ab- und List! Klavier reparieren! Klavier reparieren! Was sollte ich nochmal machen? Genau! Ich sollte es auf die Liste sehen! Oh ja! Ich muss das Klavier reparieren! Das musst du lieber Eivor! Oder Eivor! Wie ich immer! So, ich mache dir die Türen wieder... ...sehr weit auf! Oh! Geht gar nicht kaputt! Oh, ich mache es irgendwie wieder zu! Da-da-da-da-da! Ja, die sind immer locker! Hihihihihi! Ich wollte gerade sagen, dass es reicht, glaube ich, noch nicht! Vielleicht kann ich jetzt ein paar meiner neuen Fähigkeiten einsetzen! Ach du Scheiße, wie du bist! Wie das geht! Ab- und Optionen! Steuerung! Das ist schon eine Zeit lang her, wie ich das gespielt habe! Steuerung anpassen! Ähm... Nutzen vor allem aus dem Telekinesis auf 2! KACHING! Dann riech von לה Ja... ...ne, ist klar! Genauso! Also, waaalter... Hätte ich mir die 1000 Weges zu sterben auch weiter anschauen können auf die Max. Da zeigen sie grad irgendwie 1000... Ich sage es Ihnen ungern. Aber anscheinend war Ihr Handwerkersturz betrunken. Irgendwann musste es einmal passieren. Ich wollte ihn nach den Zwischenfällen feiern, hab's aber nicht übers Herz gebracht. Nach den jüngsten Ereignissen ist es schwer genug, das Personal zu halten. Geben Sie sich nicht die Schuld. Das ist der schlimmste Fall von beruflicher Nachlässigkeit, der mir je begegnet ist. Das erklärt vielleicht das Gasloch. Aber nicht den Tod im Kühlraum. Die Autopsie des Dienstmädchens ergab nichts. Aber momentan ist unsere Theorie, dass sie ein schwaches Herz hatte. Oder Kreislaufprobleme. kleiner als zum kommenden Tod ist das Produkt im Kühlraum. 11. September 1972. MESSERSCHARF! So, was ich grundsätzlich noch kurz sagen wollte, auf D-Max zeigen sich halt die Tausend Wege zu sterben und das ist auch ziemlich makaber, da haben irgendwie so nen Carjacker, irgendwie so ein Brennungsluftventil in sich reinbekommen und das halt dann explodiert und so, keine Ahnung wie real das ist, aber naja, gut, ähm, hallo, Nancy, wie wusstest du Mami? Wusstest du, dass Jett im Haus ist? Du solltest guten Tag sagen! Who the fuck is Javita? Naja, schauen wir mal weiter. Ähm, warte mal, wie ging's da nochmal rum da? Ich glaub, wenn ich mich nicht irre hier... Genau. Ey, du, dieses Haus ist so verwinkelt, das ist so schräg. Oh. Wenn du das Fahrrad zu Weihnachten möchtest, musst du dich im Haushalt nützlich machen. Bring zum Beispiel den Müll... Okay, Mama! Machen wir das gleich mal. Den Müll hatten wir doch schon in der Küche gesehen. War doch hier irgendwo... Nee. Hier ist er. So, die Frage ist, wohin hinaus? Es ist ja für den Müll, legen wir einfach hier hin. Batsch. Fertig. So, wir haben doch sicherlich irgendwo... Einen Müllcontainer. So, zu dir kommen wir nachher gleich. Hier sind zwar Fässer... Was ist das? Das kann so nicht benutzt werden, okay. Ein Luftdruckkompressor. Okay. Ah! Das ist die Frage. Ja, hahaha. Wie kann man... Ich kann nicht springen, aber ich kann auch nicht... Ich kann das Teil auch nicht werfen, oder? Nee, ich kann es nur fallen lassen. Ähm... Mal schauen, sagt uns die Steuerung noch irgendwas dazu? Mal schauen, sagt uns die Steuerung noch irgendwas dazu? Fallen lassen... Mal laufen... Ja, ähm... Ja, pfff, kein Plan Ich glaub... Ja! Du warst ein sehr guter Junge in deinem Zimmer, warte den Geschenk auf dich! Du warst ein sehr gute Junge in deinem Zimmer, warte den Geschenk auf dich! 100%! Uuh! Gleich einmal in mein Zimmer nachschauen! Die Telekinese hab ich total vergessen! So, um... Hier wieder rein... Also den Weg zu meinem Zimmer kenn ich nicht, Gott sei Dank! Das ist ein sehr guter Junge! Schauen wir mal, was für ein Geschenk wir haben! Was wir bekommen haben! Wir haben hier... Warte mal! Wie geht das? Ist hier irgendwo ein Kreuz? Hm... Wir müssen hier... 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 Wir müssen hier lassen... Auch die... Der Schalter macht mich wirklich hell, die Dunkelheit vertreibe ich schnell. Haben wir irgendwas im Tagebuch? Hab echt kein Dunst, vielleicht ist das so ne Art Hilfe für unseren Nächsten. Ja, du hast mir das schon oft genug gesagt, danke sehr. Ähm, ne, nachdem er im Kühlraum ist, ist das jetzt DER rechts hier oder der andere in der Küche? Offensichtlich... hier? Oh! Hallo, Lucius! Du weißt, dass du nicht hier sein solltest. Ja, ich bin hier. Chat! Flasher-Chat! Er arbeitet hier mit Rumfleisch, ich sollte mich irgendwie einmischen. Wie? Brauchst du Kisten? Schön. Und wo du jetzt hier bist, kannst du diese Kisten zum Kühlraum bringen. Ja. Die sind nicht so schwer. Ah, in welch? Also ich schätze mal in den anderen. Und da haben wir über den Kisten. ...und wenn du... ...und du okay bist... ...und du, wenn du sicher bist... ...und du... ...und du...